Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Und dann in einem Jahr, ne? So! In einem Jahr... ...klappe Radiosetzung Kunsthalter! Jawoll! Das wird der große Holzprobe! Zuseppe! 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 Kannst du bei einer Schock machen? Mitmachen? Noch mal das Einzelne! Die großen Zuseppe! 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 ... ... Zuseppe! Zuseppe! und die erster reichen alle die 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 Rundfunk Köln Rundfunk 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 schneller Rundfunk Imro 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 Ja. Ich auch. Der Peter gibt hier mal einen. Ja. Hallo. Eine typische Lasvega-Zugabe. Eine typische Lasvega-Zugabe. Was sagt Oskar dazu? Aha, sehr schön, wir brauchen. Warum vermieden wir nicht? Hat er gesagt. Sie haben ja eine ganz andere Kulade. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Feuer hier. Das ist schade. Das ist schade. Schlipp uns hier leicht. Was können wir da machen? Lasvega. Lasvega. Mach mal bei anderer Musik. Anderer Musik. Weißt du noch damals, als ich dir in Unterhose gestoppt habe in die Tasche? Das hast du nicht mal gewusst, was nähen ist. Du hast nicht mal gewusst, was gehen ist. Dein Schritt war so schnell. Dein Schritt war so lang. Dein Schritt war so lang. Weißt du noch? Ich weiß es noch. Wir drachen uns auf der Brücke. Doch stand meine Mutter, sie sagte die Tasche für dich genäht. Weißt du noch, die Tasche war nicht meine, du warst so kleine Schnau an der Brücke, es tut mir leid, dass ich dich nicht geachtet habe, du warst so grau.